hallo und herzlich willkommen in cookie town hier ist euer bürgermeister cookie prime heute ein kleines info video zum ganzen kanal wie es hier geht es hier weiter in zukunft und ja was was machen wir so in der zukunft alles erst mal alle aufzeichnungen werden ab sofort nur noch auf hier erscheinen also live streams werdet ihr ab sofort nur noch auf twitch sehen auf dem gleichnamigen kanal ebenfalls auch auf dem namen cookie town dort werden auch die ganzen fsk 18 streams laufen aufzeichnungen werdet ihr nur noch hier sehen zu den zukünftigen projekten aktuell ist gerade geplant dass wir demnächst vielleicht ein paar aufzeichnungen machen live streams in sachen basen es gibt viele schöne basen auf dem cluster wo ich natürlich spiele auf dem insel labria cluster und werden dort ein paar basen zeigen ein paar basen besichtigen den uns mit den bauern unterhalten der magen den baumeistern unterhalten uns ein paar fragen euren holen teilweise werden wir das auch im live stream machen wo ihr dann gerne auch kommentare und direkt fragen könnt zu diversen bauwerken wie er was gebaut hat warum man dazu gebaut hat und welche funktionen die sachen haben und so weiter und so weiter demnächst auf twitch werden wir dann die ganzen live streams vornehmen unter anderem werden wir da die live besichtigung wie eben schon erzählt der basen vornehmen dann werden wir ein bisschen in division 2 rumhängen wir werden in monster hunter wird ein bisschen abhängen werde euch da ein bisschen sachen zeigen wir werden einfach ein bisschen zocken ein bisschen spaß haben und ja weitere weiterhin werdet ihr natürlich die aufgezählten videos die werde immer ein bisschen wo ich die erste mal sachen am ausprobieren bin bisschen unkonventionellen sachen in arg zum beispiel werdet ihr weiterhin hier auf dem youtube kanal finden aber in zukunft werdet ihr alle alles was gleich ist ich weiß ich wiederhole mich ihr findet ab sofort alles live auf alle live aufnahmen auf twitch alles private auf youtube und ja auf twitch werden wir auch allgemein ein bisschen durch die games gehen youtube wird eher arg lastig bleiben aber ich würde mich freuen wenn ihr mir sowohl auch hier wenn ihr hier folgt auch auf twitch weiter folgen würdet und dann werden wir dort ein bisschen spaß haben ein bisschen zusammenzocken und ja wir sehen uns dann auf twitch würde ich sagen bleibt gesund möge die macht mit euch sein und wir sehen uns dann auf twitch euer cookie prime